Musik Und hier bin ich herzlich willkommen auf YouTube, wieder bei uns. Meines Kassel-Tracks und Willkommen zum erneuten Leak-of-Legends-Video hier auf meinem Kanal. Luft holen. Ja, ihr habt mitbekommen, ich bin wieder da. Für die, die das nicht mitbekommen haben, schaut euch einfach das letzte Video an. In dem erkläre ich ungefähr das, was in den letzten anderthalb Jahren los gewesen ist bei mir. Darüber will ich diesmal nicht sprechen. Es ist kein stumpfes Ankündigungsvideo oder Infovideo oder sonst was, weil das schaut sich keiner an und ist todeslangweilig. Also im Hintergrund ein paar Lieschen-Clips, die ihr euch geben könnt. Euch ist aufgefallen, beim Intro ist leider nicht mehr meine Intromusik dabei. Es liegt daran, dass das Lied leider jetzt gecopyrighted ist und ich es nicht benutzen darf. Ich habe den Typen schon angeschrieben auf Facebook, E-Mail oder Twitter. Also ich bin drum und dran dabei. Die Rechte zu bekommen, dass ich das Lied weiterhin benutzen darf, weil ich benutze es jetzt seit drei Jahren und ihr kennt es nicht anders. Also warum soll ich jetzt damit aufhören? Aber wie gesagt, das liegt bei ihm an den sehr verhärten X-Core-Typen. Ähm, ja, dazu. Ich habe eure Kommentare gesehen, eure Facebook-Posts, ich habe alles gesehen. Äh, auf die Formate, die ihr Bock habt. Ihr seid alle hyped auf 24 Stunden Livestreams und normale Livestreams. Äh, die Woche habe ich schon drei hinter mich gebracht mit einer Menge Spaß verbunden. Oder welche mit einer Menge Spaß verbunden waren. Und, äh, jetzt möchte ich gerne mal über das YouTube-Ding sprechen. Das heißt, äh, die Formate, die ihr euch gewünscht habt, ist ganz klar. Unranked to Diamond. Äh, A-Bus-Z. Geiz. Raus aus der Elo-Hölle. Da gibt es alle Formate und alle werde ich machen. Ähm, nur halt zum jetzigen Patch. Also jetzt zu dem aktuellen Patch, der draußen ist. Äh, und nicht die, die jetzt schon so Ewigkeiten veraltet sind. Ähm, Gameplays in voller Länge, Gameplays im Edit-Style. Wird es alles geben. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, ich kümmere mich drum. Bin drauf und dran. Ähm, Unranked to Diamond wird, denke ich mal, noch etwas warten müssen. Weil, ähm, der Account, den ich nehmen möchte, ist jetzt auf Level 27. Das heißt, ich zockte ihn auf 30 hoch. Der war noch nie gerankt. Dementsprechend auch ein Reelist, äh, Unranked to Diamond. Was wir versuchen, gemeinsam. Und alles Weitere, lasst es auf euch zukommen. Ich versuche so viele Videos wie möglich für euch zu machen. Ähm, was planmäßig angeht, keiner will auf Videos warten müssen. Jeder will wissen, wann die Videos kommen. Also zu festen Uhrzeiten, festen Wochentagen. Und, äh, wie gesagt, ich bin drauf und dran dabei. Oder ich bin drum und dran. Sagt man das so? Ich glaube, ich nehme heute wieder viele Penis in den Mund. Egal. Äh, ich hoffe, das reicht für euch erstmal. Und als ein kleines Update. Die kleinen League of Legends Clips im Hintergrund haben euch hoffentlich auch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Stream, im nächsten Video. Auf YouPorn. Keine Ahnung. Äh, ich verabschiede mich. Sagt bis zum nächsten Mal. Genießt den schönen Donnerstag. Und ich bin raus. Ciao. 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 Vielen Dank.